Zurück scheinen die Goblins ein bisschen ausgebremst zu worden zu sein da oben. Die Diebe ist gerne kann ich mir viel zusammen klauen das muss ich jetzt leider machen ich glaube ich speichern am besten einfach noch mal jetzt nachdem ich gleich hier den betrag gesetzt habe. Das kann jetzt aber nicht sein dass immer dasselbe rauskommt oder? Okay Kommt jetzt als nächstes vielleicht wieder blau ja Das heißt ich setze 25 Oh Okay Now I'm ready for anything Now I'm ready for anything Now I'm ready for anything You win 5000 gold okay In the name of the sovereign Mhm In the name of the sovereign Nein In the name of the sovereign Ich habe gerade 20.000 gold durch gold gewonnen okay Okay You did it majesty Once that vile creature was given the gold he vanished in a puff of foul green smoke Again All in attendance felt compelled to immediately wash the stench from their clothes May that repellent manifestation never again threaten our kingdom Ja 12.000 weil er mir ziemlich viel abgeknöpft hat Gut Initial 8500 gold gespendet Gebaut 5 verloren ja gut Aber wir haben es geschafft So Die mod wieder hinzufügen Habe ich nicht gesehen dass das nicht geklappt hat Die mission war echt ein krampf Gut Nächste mission Nehmen wir den dark forest haben wir gesagt A curse afflicts the land your majesty Sapping your loyal subjects of their strength Few have even the strength to leave their houses A single warrior from the local guild remains mobile He offers his services in finding a cure to this debilitating bane I recommend you take him up on the offer Now he will excuse me I really must lie down Good Cure the adventurers of the sickness Defeat a witch king who dwells in the tower Mhmm Mal gucken There are rumors that the temple of ferrers lies somewhere nearby in these woods It's cause the priest can help you Cure the sickness plaguing the land Until then no new guilds or temples can be built Mhmm Heiho Das heißt ich muss mit einer warrior gilde klarkommen Okay Then A The Arsenal das erst mal nicht so das Problem sein dürfte. Ich gebe mal schon mal ein paar Reward-Flex aus, um das Umland zu erkunden. Problem? Ich bin auf meinem Weg. So. Mehr Gold, Ihre Majestie. Ich bin auf meinem Weg. Äh, Buildings. Noch ein Gathaus. Ihre Majestie, ein neues Bild ist complete. Majestie, der lokale Blacksmith offert neue Services. Problem? Ihr Herr Heinrich, wir haben das Gathaus Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf meinem Weg. Da sind so Bilder, Pflanzen. Ich brate auch gleich mal das Kastel auf, damit wir eine Palace Gordhausen haben. So, und dann hoffe ich mal, dass wir... Das ist wiederum jetzt nicht so gut. Der wird sterben. Der schafft es nämlich mit seinen drei Lebenspunkten nicht mehr zurück. So, Veteranenwacht. Nein. Warum? Warum geht ihr handen? Ich will nicht, dass ihr diese Pflanze angreift. Ich meine, das ist so dämlich. Sie gehen hin, sie wollen das Ding schlagen, dann haben sie Schiss und rennen gleich weg. Was soll das? Oh, good fun. Wirkliche Hilfe. Ich könnte auf jeden Fall ein Inbauen, dass er sich da auch mal ausruhen kann. Oh, er war als Visitor da. Ups. Jetzt brauche ich erstmal das Geld, um den Marktplatz auszubauen. So, Marktplatz upgraden. Und das war unser Whale Shop. Ach, Mann ey. Also ja, die Mission könnte ewig lang dauern. Nebenbei. Die beiden löschen wir mal und wir zum Play. Tja, ohne Ranger haben wir ein Problem auf jeden Fall. Das dürfte ein bisschen schwieriger werden, hier was zu finden. Sie haben es aber geschafft, die Pflanze wegzumachen. So, als nächstes den Turm upgraden, damit wir auf jeden Fall ein bisschen gesichert sind. Die sehen alle in Ordnung aus. Veteran City Guard. Stufe 3 ist der sogar. Wo ist eigentlich meine Palace Guard? Da ist sie. Sie ist Level 2, okay. Ich hinterlasse diese Notiz für folgende Reisende auf der Suche nach dem Fervus-Tempel. Möge er für immer im Chaos versinken. So they may find their way more easily. Okay, das heißt, ich denke irgendwo in diese Richtung. Finde ich vielleicht. Das Rätsel ist Lösung. Ja, wir haben einen Rogue gekriegt. Der wegen dem Palastteilern besorgt ist. You have claimed this as your own, okay. Hm. Als nächstes die Schmiede upgraden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Absicherung. One day, this will all be mine. I.